hallo und herzlich willkommen heute hier zum selbstbewusstsein podcast der lieblings podcast für deinen persönlichen und privaten erfolg und heute ist es ja wieder freitag freitag ist podcast tag ich möchte die zeit nutzen oder die zeit kürzer machen als sonst in dir einen kurzen wachstumsimpuls mitgeben der dir helfen soll das direkt in die anwendung zu bringen und das direkt für dich zu nutzen egal ob du einen coach hast oder kein coach hast egal ob du selbstständig bist oder ob du einfach für dich selber oder für deine familie einen besserer mensch sozusagen werden möchtest ob du dich weiterentwickeln möchtest das ist ein impuls oder ein ein learning was mich seit ich würde sagen seit anfang des jahres sehr stark beschäftigt wo ich zum ersten mal das gefühl habe näher ranzukommen oder verstanden zu haben was persönlichkeitsentwicklung eigentlich ist und was persönliches wachstum eigentlich bedeutet und was dazugehört und ich glaube die persönlichkeitsentwicklung szene von heute ist sehr stark verwässert verwässert das heißt nicht oft nicht intensiv oft nicht tief sondern eher oberflächlich eher ausgelegt auf eine gute zeit auf spaß auf motivation das ist alles okay das ist alles das ist alles eine berechtigung und ich habe manchmal das gefühl das ist wie so eine einstiegsdroge in dieses ganze thema dass viele bock drauf haben sich diese videos anzugucken und motiviert zu werden und spaß zu haben dabei und das ist alles okay das ist keinster weise möchte das verurteilen weil das war auch mein einstieg in die ganze szene ich habe aber den fehler gemacht dabei stehen zu bleiben und mich zu wundern warum sich manche probleme oder manche dinge in meinem leben nicht lösen obwohl ich so viele lese und so viel konsumiere und so viele videos gucke und so und es hat sich einiges entwickelt hat sich einiges getan verstehe mich nicht falsch das ganze thema selbstbewusstsein ist da auch erst für mich so hochgekommen das ist alles legitim aber weiter ist es nicht gegangen ich bin stagniert wie auf so einem plateau also wie wenn du sport machst und irgendwann das gefühl hast du es geht gerade für dich gar nicht mehr weiter echtes persönliches wachstum echte persönlichkeitsentwicklung kann ganz anders aussehen und vor ein paar tagen ist mir das bild gekommen wie ich das wie ich das gerade für mich in meinem kopf sehr sehr schön darstellen kann was ich glaube was persönlichkeitsentwicklung ist hast du hast du die schöne und das biest geguckt egal ob das jetzt der der alte wald disney film ist oder die neu verfilmung ist eigentlich egal falls du den nicht gesehen haben solltest darum ist ein kleiner spoiler eine kleine erklärung zu dem film so wie ich das verstehe ich finde wald disney hat sehr viele wahrheiten sehr viele tiefe inhalte verpackt in richtig geilen geschichten und es lohnt sich es lohnt sich da reinzugehen auch die moderneren filme finde ich total klasse die schöne und das biest bell ist mehr oder weniger unfreiwillig in die situation gekommen in diesem verwunschenen verzauberten schloss mit dem biest allein zu sein sie stellt sich darauf ein ihr leben lang da verbringen als gefangene da verbringen zu müssen und sie muss sich ihren ängsten stellen mit diesem biest zusammen zu sein jeden tag mit diesem biest zu verbringen und im laufe der zeit stellt sich heraus dass sie anfängt dieses biest schätzen zu lernen sogar lieben zu lernen und durch verschiedene dinge die da passieren durch ein abenteuer was sie was sie auch gemeinsam durch leben verwandelt sich am ende der geschichte der löst sich der fluch über das schloss und der das biest transformiert sich verändert sich verwandelt sich in den prinzen den bell schon seit längerer zeit in diesem biest gesehen hat was hat das jetzt mit persönlicher entwicklung zu tun ich glaube echtes wachstum findet dann statt wenn wir die eier haben den mut haben die konsistenz haben unseren biestern unseren themen die uns auch wehtun ins auge zu sehen ich habe vor ein paar tagen post gepostet und ich fand da da habe ich das bild reingearbeitet in so ein karussell das fand ich so geil wie so ein kleines mädchen vor so einem großen fetten schottischen diese ganze diese kühe oder diese stiere mit den großen hörnern und so langen fell das ist ein richtig fette majestätische aber auch angsteinflößende tiere zumindestens empfinde ich das so wenn du mit denen auf einer weide bist und du denkst okay wenn er jetzt sauer wird das könnte schon wehtun das ist ein biest so und dieses bild fand nicht so schön wie das kleine mädchen vor diesem biest steht und in diesem bist so in die augen schaut das ist glaube ich eine notwendigkeit für echtes persönliches wachstum wenn du in deinem alltag in deinem alltag kannst du ja so ein paar sachen ein paar sachen feststellen ich meine erst mal merkst du wenn du so persönlichkeitsentwicklungs videos guckst oder im alltag was resoniert mit dir wo hast du spaß dran was bewegt dich das ist cool eine ebene drunter und da wo du weiterkommst ist wenn du darauf achtest was triggert also was löst was in dir los an negativen gefühlen an ängsten wo wirst du aggressiv oder zornig wenn was im außen passiert ja wenn du merkst da ist irgendwas was dir negative gefühle gibt oder was dir was irgendwas in dir loslöst wo du das gefühl hast okay jedes mal wenn mein mitarbeiter das und das sagt ey da könnte ich an die decke gehen das kann ein sehr guter einstieg sein dass dir bewusst wird das ist nicht das problem eines mitarbeiter das ist mein problem da ist ein thema bei mir getriggert worden wo ich daran arbeiten kann wenn ich wirklich wachsen will das kann in deiner beziehung sein ja dafür ist zum beispiel eine ehe oder eine beziehung eine partnerschaft sehr sehr gut meine frau und ich wir triggern uns die ganze zeit gegenseitig immer wieder wenn ich mit ihr zusammen bin oder sie mit mir zusammen es gibt es immer wieder situationen wo wir uns gegenseitig mal aufregen oder wo wir uns gegenseitig themen spiegeln die die wir haben und das ist eine riesen chance das tut auch weh aber das ist eine riesen chance nicht an dem anderen rum zu mäkeln und dem anderen verändern zu wollen sondern auf sich zu gucken zu gucken okay interessant wo habe ich da jetzt ein thema ein trauma ein erlebnis oder einfach eine blockade wo ich mich entwickeln kann wenn ich darüber gebe ich das löse das ist echtes wachstum und stell dir das wie deinen eigenen schatten oder wie dein eigenes biest vor dass dieses thema nicht einfach nur dadurch weggeht dass du dir tolle inhalte oder motivationsvideos reinpfeifst das hilft nicht das hilft nicht in der tiefe und wenn du in der tiefe graben willst mit einem coach zusammen oder so melde ich sie sehr gerne bei mir oder such dir irgendeinen anderen coach dem du vertraust wo du das gefühl hast ja da kannst du richtig in die tiefe tauchen und dich begleiten lassen aber vielleicht vielleicht muss das für dich noch gar nicht sein es ist völlig in ordnung das auch selber zu machen aber dafür musst du dir die zeit nehmen oder die ruhe nehmen dich hinzusetzen vielleicht mit einem tagebuch hinzusetzen und deine ganzen gedanken und gefühle mal aufzuschreiben und dieses thema zu bearbeiten und zu entdecken wie so ein detektiv auf die suche zu gehen nach den blockaden die dich da halten wo du bist und noch so ein paar infos bevor wir den sack heute zu bin weil ich das kann ein sehr intensives thema sein sei versuche nicht dieses thema direkt zu lösen oder zu beheben oder wegzuschieben oder zu unterdrücken erinnere dich erinnere dich an das bild von von der schönen und das von dem schönen der schöne die schöne und das biest wenn du identifiziert hast da hast du ein ein thema da hast du ein schatten da hast du ein problem da hast du ein engpass sei erst mal nur mit diesem engpass zusammen sei quasi mit diesem biest zusammen versucht das nicht zu bekämpfen versucht das nicht wegzudrücken versuch das nicht zu töten sondern sei einfach mit diesem biest zusammen mach dir deine gedanken dazu schreib dir deine gefühle dazu auf weil was wir bekämpfen wird stärker wenn du deine schattenseiten deine deine seiten die du nicht an dir magst wenn du die anfängst zu bekämpfen werden die immer wieder sich sich melden und einen griff in deinem leben haben dich steuern oder dich sogar bestimmen wenn du möchtest dass dieser griff oder dieses dieses wie also ob du fremdbestimmt wärst wenn du das loswerden möchtest dann sei einfach mit deinen schattenseiten zusammen in meiner letzten krise habe ich angefangen dinge wenn ich sag krise meine ich jetzt nicht dass da im außen was viel passiert wäre aber dinge wo ich selber gemerkt habe auch kacke habe ich ein thema und das hat dazu geführt dass ich mein ganzes business und alles was ich mache und den podcast und alles drum und dran angefangen habe richtig zu hinterfragen also mir wirklich die fragen zu stellen will ich das überhaupt kann ich das überhaupt und die ganzen selbstzweifel und sorgen und ängste kamen hoch und die ersten zwei tage als das hochkam und als ich merkte oh jetzt habe ich ein thema habe ich das versucht zu verdrängen ich habe nur netflix geguckt und irgendwie auf der couch rum gegangen weil ich mich nicht damit beschäftigen wollte weil das tut ja weh und das ist okay aber wenn du das schon mal merkst du bist schon mal ein schritt weiter und dann habe ich angefangen mit meinem tagebuch gedanken dazu zu machen ich habe die ersten also die nächsten zwei tage auch nur versucht jetzt lösungen zu finden und zu gucken wie ich das wenn ich das coaching business alles aufhören würde was käme dann und so weiter ich habe das versucht zu lösen und erst so nach ich weiß nicht mal ganz genau aber so vier fünf sechs tagen habe ich angefangen dieses gefühl einfach mal zu akzeptieren und da sein zu lassen und diese zweifel und diese unsicherheiten und diese also nicht nach einer lösung zu suchen sondern einfach dazu sein und mir gedanken zu machen über über das gefühl ohne eine lösung finden zu wollen und das leben hat dafür gesorgt dass das thema wie von selbst sich aufgelöst hat das heißt es hat mich nicht mehr bestimmt diese selbstzweifel ich habe wieder bestätigung bekommen im version vom außen als auch von mir selber und habe weitermachen können mit viel mehr bestimmtheit mit viel mehr sicherheit mit viel mehr kraft einfach dadurch dass ich den mut hatte mit dem thema zusammen zu sein nicht einfach durch zu boxen weiterzumachen ich hoffe es waren so ein paar impulse dabei in der heutigen folge die dir helfen dass du deine themen identifizierst dass du und das müssen übrigens mach nicht tausend baustellen auf einmal auf vielleicht merkst du jetzt schon wenn du spürst du hast probleme mit deinem selbstbewusstsein selbstliebe oder sowas du hast immer wieder situationen in deinem leben wo diese zweifel hochkommen dann hast du vielleicht dieses eine thema wo dir schon klar ist da möchte ich daran arbeiten wenn ich das nicht mehr hätte oder wenn das in meinem leben nicht mehr mich steuern würde dann würde ich viel weiter kommen dann nimm doch dieses thema mal raus und schau diesem thema so richtig hart in die augen sei mal mit diesem thema zusammen und lass dich lass dir auch diese negativen gefühle die damit verbunden sind lass die dich mal komplett ausfüllen indem du dich hinsetzt mal die augen zu machen dieses gefühl einlädst mal zu dir zu kommen und dich richtig auszufüllen und das fühlt sich scheiße an es ist okay dass sich scheiße anfühlt aber erlaubt dem gefühl da zu sein und box nicht einfach immer nur dieses gefühl dadurch das schlimmste was du machen kannst ist immer dagegen anzukämpfen und wenn du das mal machst für ein paar stunden paar tage paar wochen oder so und du bist immer wieder konfrontiert mit diesem gefühl und das ist okay für dich wirst du merken wie es weniger kraft hat in deinem leben und wie du wie du es loslassen kannst und wie du lösungen findest ganz automatisch wie du dich weiterentwickelst und das ist echtes wachstum deswegen ist echtes wachstum zumindest nach meinem verständnis oft verbunden mit schmerzen mit mit unsicherheiten mit negativen gefühlen und wenn du jetzt nur anfängst das zu reframen und tolle musik und alle atemtechniken so das ist ja auch alles nicht schlecht ganz im gegenteil aber wenn du anfängst das zu benutzen diese ganzen positiven mindset geschichten zu benutzen um deine echten gefühle und dann sachen die wirklich in dir vorgehen wegzudrücken zu unterdrücken und wegzuschieben kommst du nicht weiter wenn du weiterkommen möchtest dann stell dich dem bist stell dich dem bist und wenn du noch schneller oder besser weiterkommen möchtest dann sei mutig und melde dich mal bei mir weil ich biete jedem der sich meldet immer eine halbe stunde kostenloses coaching an wir sind zusammen wir gucken in welche richtung ich dir helfen kann und wenn das dann gut war und du hast lustig wirklich weiter auch mit mit mir zusammen an deine themen zu machen und dich begleiten zu lassen können gerne auch über eine zusammenarbeit sprechen aber das ist ja erstmal gar nicht vielleicht erst mal gar nicht notwendig nimm doch die chance war dich einfach mal eine halbe stunde mit mir zusammenzusetzen an diesen themen zu arbeiten wenn du ein gutes gefühl hast gehen wir einen schritt weiter und wenn das schon gereicht hat oder du kein gutes gefühl hast dann haben uns trotzdem mal live kennen gelernt ich finde es mega stark kommt gerne auf meiner webseite vorbei www.tobikrieg.com also nicht de sondern punkt com tobikrieg.com link ist auch unten in der video beschreibung oder in der in den story show notes und da kannst du dir termine buchen oder mich über instagram oder so anschreiben ich freue mich sehr wenn du dich meldest und wünsch dir eine eine fantastisch oder einen fantastischen und wachstumsreichen alltag mach's gut